Musik Wunderbar. Danke schön. Inga, das war fantastisch. Vielen Dank. Danke. Du bist mit sechs Jahren ins Konservatorium gegangen. Wolltest du das oder waren das deine Eltern? Nein, ich habe natürlich von sich aus angefangen Klavier zu spielen. Wahrscheinlich meine Eltern haben gesehen, dass ich Interesse habe. Und so ist das passiert. Und wann bist du nach Moskau gegangen? Nach Moskau bin ich gegangen. Ich war mit zwölf. Wie war diese Erfahrung? Dann weit weg vom Haus? Ja, ich war nicht alleine mit meinen Eltern. Das war schwierige Zeit in Georgien. Und mein Vater hat in Moskau gearbeitet. Und sind wir nach Moskau gegangen. Es war eine ganz gute Zeit, weil ich habe Glück gehabt mit sehr guten Lehrern. Hast du noch Kontakt mit deinen Ex-Kollegen vom Konservatorium? Äh, mit meiner... Von Georgia? Nein, mit Ex-Kollegen nicht, aber mit meinen Freunden, mit denen ich gespielt habe. Skype? Äh, nein, ich treffe sie, wenn ich dort bin. Ah, gut. Ja, das ist viel besser, glaube ich. Ja, natürlich. Alte Schule. Ah, ha, ha, ha.